Von der Firma Pytop habe ich deren neuestes Produkt einen Pytop 4 erhalten, um damit einen weiteren Rover für mein RoboSpatium zu bauen. Beim Pytop 4 handelt es sich um einen Raspberry Pi 4, verpackt in einem sehr clever konstruierten Gehäuse. Die Specs dieses in meinen Augen genialen Rechnerbausteins möchte ich an dieser Stelle nicht herunterbeten, die gibt's auf meinen Seiten zum Nachlesen. Beim Kauf inklusiv ist das sogenannte Foundation Kit in einer Metallbox. Enthalten hierin sind einige Sensoren und LEDs, eine Dockingplattform sowie sonstige Kleinteile, um schnell und unkompliziert in die Welt des Physical Computing einsteigen zu können. Verbunden mit Bildschirm, Tastatur und Maus erhält man einen vollwertigen Linux-Rechner, der zum Surfen oder Programmieren kaum Rechenleistung vermissen lässt. Mein persönliches Lieblingskonstruktionswerkzeug, OpenSCAD, ist leider nicht Teil der offiziellen Softwarepakete, eine vorkompilierte Version ist allerdings im Netz verfügbar und somit schnell nachinstalliert. Der Start des Programmes dauert ein paar Sekunden, sobald das Fenster geöffnet ist, kann man mit der Software aber flüssig arbeiten. Mit dem Raspberry Pi 4 ist das Ziel, einen vollwertigen Desktop-Rechner anzubieten, nach meinem Dafürhalten erreicht. Software, die mehr Rechenleistung benötigt, ist in meinen Augen zumindest suspekt. Slicer ist in den Raspbian Paketen enthalten, so dass die Teile für meinen Roboter mit dem Pi Top 4 nicht nur konstruiert, sondern gleich noch für den 3D-Druck aufbereitet werden können. Auch hier zeigt der Pi Top 4 keine Schwächen, das Programm läuft ausreichend flüssig und gibt einem nur selten die Gelegenheit darüber nachzudenken, ob das was man macht auch sinnvoll ist. Mit Konstruktion und Druck aller Teile war ich die nächsten Tage beschäftigt. Was sind die Vorzüge eines Pi Top 4 für ein Rover-Projekt? An erster Stelle möchte ich den integrierten Akku nennen. Die Elektronik im Pi Top sorgt dafür, dass der Raspberry Pi bei niedrigem Akkustand heruntergefahren wird, womit Tiefentladung ausgeschlossen ist. Auch die Ladeelektronik ist vorhanden, sobald das spezielle Netzteil angeschlossen ist, beginnt der Pi Top mit dem Ladevorgang. Im Pi Top Betriebssystem ist ein Kommandozeilenprogramm integriert, das die aktuellen Batterieparameter ausgibt, womit die nötige Programmierarbeit vereinfacht wird. Von Haus aus besitzt der Raspberry Pi keinen Ein-Aus-Schalter. Der Pi Top schafft hier Abhilfe, sodass der Rover auch ohne Netzwerkverbindung unkompliziert heruntergefahren und ausgeschaltet werden kann. Dank des Sockels ist die Verkabelung des Fahrzeugs so schnell erledigt wie bei noch keinem meiner vorherigen Rover-Projekte, der Lötkolben kommt nur sporadisch zum Einsatz. Als Antriebsmotoren fungieren zwei Standard-Servos für kontinuierliche Rotation. Diese werden an den 40-Pin-Header auf der Oberseite angeschlossen, die Spannungsversorgung des Plus-5Volt-Pins kann Ströme bis zu 1.5A liefern. Die Kamera wird von einem Micro-Servo geschwenkt, auch dieses ist an den 40-Pin-Header angeschlossen. Die Beleuchtung erfolgt über die LED-Module aus dem Foundation-Kit, die mit den beiliegenden Kabeln schnell angeschlossen sind. R14 ist mein erster Rover mit bunter Beleuchtung. Da die Leuchtstärke der LEDs nicht sonderlich hoch ausfällt, habe ich ein zusätzliches Modul mit 4 weißen LEDs zusammengelötet. Somit wäre die Elektronik von R14 schon abgehakt, dem Foundation-Kit liegen allerdings unter anderem noch ein Ultraschall und ein Lichtsensor bei, die ich, weil es so einfach ist, ebenfalls verbaut habe. Die Bilder werden von einer USB-Kamera übertragen, das ursprünglich vorgesehene Raspberry Pi-Kamera-Modul ist nicht so einfach anzuschließen, da die entsprechende Schnittstelle im Gehäuse-Innen anderweitig belegt ist. Seitens Pi-Top befindet sich ein eigenes Kameramodul in der Entwicklung, das bessere Resultate liefern sollte als die von mir verwendete preisgünstige USB-Kamera. Alle Module des Foundation-Kit besitzen Magneter auf der Rückseite, die an den ebenfalls in der Box befindlichen Halterungen haften. Zunächst hatte ich Muttern an meinen Roboter-Teilen eingeschmolzen, um die Module zu befestigen, was sich allerdings als zu schwach erwiesen hat. Besser funktioniert's, wenn die Halter aus dem Pi-Top-Baukasten verwendet werden. Die LED-Module sind mit einer zweiten Platte eingeklemmt, da die Leitungen nicht allzu flexibel sind und sich beim Schwenken der Kamera ansonsten die ein oder andere LED gelöst hat. Nach dem Zusammenbau erfolgt ein erster Funktionstest, wobei ich die Internetseite mit dem Control-Interface über meinen Pi-Top 3 aufgerufen habe. R14 kann vorwärts... ...oder rückwärts fahren... ...und sich auf der Stelle drehen, indem die beiden Motoren in unterschiedlicher Richtung angesteuert werden. Das Micro-Servo schwenkt die Kamera bei Bedarf nach oben... ...gerade aus... ...oder nach unten... ...und die LED-Module sorgen für farbige Beleuchtung bei Nachtfahrten. Der Ultraschallsensor ist an der Frontseite des Rovers angebracht und misst die Entfernung zum nächstgelegenen Hindernis. Der Lichtsensor macht, was der Name vermuten lässt, er gibt an, wie hell es momentan in meinem Roboterraum ist. Nach dem Aufrüsten des Pi-Top 4 mit Rädern und Kamera kann dieser bei Bedarf nach wie vor als Desktop-Rechner fungieren. Hier steuere ich R14 mit Hilfe von sich selbst, sozusagen ein wirklich mobiler Computer. Wie alle meine Roboter ist auch R14 per Internet erreichbar, ruft die Seite in eurem Browser auf und erkundet mein Robo Spatium, hier mache ich das mit meinem Smartphone. Das Ganze funktioniert ohne Anmeldung und ist zumindest für euch kostenfrei. Der Lithium-Polymer-Akku des Pi-Top 4 besitzt eine Kapazität von 2600mAh bei 7.4V Ausgangsspannung, womit sich mein Rover für mehr als 2 Stunden betreiben lässt. Damit ihr R14 ununterbrochen steuern könnt, erfolgt die Stromversorgung über einen Strommast mit Anti-Vertrillvorrichtung auf der Oberseite des Fahrzeugs, an dem 12V Gleichspannung anliegt. Dank des Akkus kann ich R14 hin und wieder auf Außenmissionen schicken und somit den Einflussbereich meines Robo Spatiums vergrößern. Wer mich im Unterhalt und weiteren Ausbau meines Roboter-Raums unterstützen möchte, kann die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken, vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. Die 3D-Dateien, Software und Schaltpläne zum Nachbau gibt's wie immer auf meinen Seiten als Download. In diesem Sinne, danke fürs Anguge und bis bald! – – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020